Hallo AFOBS, willkommen im Noppenstein Studio. Ich bin der Marco und heute möchte ich mit euch wieder über unsere Webseite stöbern, unseren Webshop anschauen. Legen wir direkt los mit dem, was mich hier schon so anspringt. Die ersten Raumschiffe der vierten Welle sind im Anflug, die sind sogar schon da. Ah, die drei Mid-Size-Sets, haben wir euch ja schon gezeigt. Die klassische NX-1701 von Captain Kirk, 525 Teile. Dann haben wir den getarnten Bird of Prey. Da gibt es sogar das Video, was denn das für ein charmanter Kerl neben dem Niklas. Und die USS Defiant, das experimentelle Schiff, das eigentlich gegen die Borg entwickelt wurde und dann aber der Serie Deep Space Nine, wo es so einen weiteren Showrunner in Form eines fetten Raumschiffs beschert hat. Sehr coole Sets. Und ich kann euch verraten, dass mehr der vierten Welle bald eintreffen wird. Wir haben ja, haben wir euch schon erklärt, die vierte Welle ist ein bisschen auseinandergezogen dieses Mal. Wir werden euch bald noch weitere Prototypen zeigen. Aber was bald eintreffen wird, sehr bald glaube ich sogar, sind diese sechs Mini-Modelle. Das Cem Hadar-Schiff, der Marquis Raider, die Enterprise-C, die USS Farragut, die Enterprise-E und das Ferengi-Schiff jeweils im Mini-Format. Könnt ihr euch drauf freuen. Es geht bald weiter mit Star Trek. Dann schauen wir mal kurz, was es so Neues gibt. Wisst ihr hier, mehr Neuheiten. Die zuletzt eingetroffenen Sets, ja, sind diese drei Star Trek-Sets. Und natürlich, haha, eines meiner Lieblings-Sets, der Hafen der Gouverneurs-Insel. Haben wir euch auch schon gezeigt. Hier gibt es das Video dazu. Ihr wisst ja, das Ganze ist hochmodular und lässt sich mit anderen Modellen, mit anderen Sets verbinden. Und die Taverne, die auch hier als dazu passend angegeben ist, steht auf bald erhältlich. Das stimmt. Nach meinen Informationen trifft die Taverne so ungefähr Anfang Februar in Hamburg ein. Und dann muss es noch zu uns und ist immer die Frage, wie schnell wird es entladen. Aber so bis Mitte Februar könnte sie schon wieder lieferbar sein. Und ihr wisst ja, wenn ihr euch informieren lassen wollt, E-Mail-Adresse rein, ja, gerne. Und dann zack, werdet ihr informiert, wenn das Set wieder da ist. Was ihr dazu braucht, wenn ihr das eine Set mit dem anderen verbinden wollt, ist eins dieser Verbindungssets. Das hier ist noch lieferbar, die Pergola-Erweiterung. Die Wachtturm-Erweiterung ist bereits nachproduziert, kommt auch sehr bald wieder. Denn hier haben wir tatsächlich die Zweitauflage in Auftrag gegeben, bevor die erste Auflage überhaupt im Shop hier in Deutschland eingetroffen ist. Da haben wir schon an euren Verfügbarkeits-Mails gesehen. Hui, das Thema interessiert euch sehr und haben schnell nachgesteuert. Ja, mehr Neuheiten noch. Ich habe schon wieder viel zu viele Tabs offen. Naja, das Rockefeller Center ist jetzt da. 4.500 Teile. Ein großes Architekturset in diesem Maßstab von 1 zu 500. So sieht man es von oben. Schick. Das ist neu. Der Petersdom ist jetzt da. Habe ich ein Video zugedreht. Ich weiß gar nicht, ob es schon erschienen ist, das Video. Nein, sonst wäre es hier verlinkt. Aber ich habe es jetzt verraten. Ein Video dazu wird natürlich kommen. Ein kleines Gebäude von Morg. Drei interessante Science-Fiction-Sets. Habe ich vor ungefähr 20 Minuten mit dem Micha zusammen die Produktvideos gedreht. Die sind cool, weil die LEDs eingebaut haben. Das hat ja der Micha gebaut. Könnt ihr euch auf das Video freuen. Wird bald kommen. Hat einige Sticker hier. Wir zeigen euch die Raumschiffe ohne Sticker im Video. Und ich finde, ohne Sticker sehen sie noch besser aus. Ja, Diamond Blocks, Blumen in Kuppeln. Auch nicht schlecht. Ein neuer großer Dino. Ihr wisst, ich mag Dinos. Und noch ein Blick hinter die Kulissen. Der Rumpf des Dinos liegt bei mir zu Hause auf der Couch. Ich baue ihn nämlich gerade. Also da wird es dann auch nächste Woche oder so einen Drehtermin für das Produktvideo geben. 2.100 Teile für 60 Euro. Ist halt allein vom Teilepreis her schon genial. Außerdem, große Dinos. Kann man nichts falsch mit machen. Mini-Blocks, so zwei Roller. Eine rote Rose von Sembo. Ist bald Valentinstag. Die verblüht nicht. Und drei Kobisets. Das sind immer die Sachen, die in den letzten 14 Tagen eingetroffen sind. Nächste Woche wird wieder Neuware bei uns eintreffen. Wenn alles so bleibt, wie es angekündigt ist. Nächste Woche wird sich hier also wieder was tun. Ja, dann schauen wir nochmal in die Ankündigungen. Das, was hier oben steht, ist zuletzt eingetragen worden in unser Warenwirtschaftssystem. Und je weiter runter man geht, desto länger sind die Sachen schon im Warenwirtschaftssystem drin. Neue Sets von Kobi. Ein neues Warzenschwein. Ein Bodenkampfflugzeug der US-Streitkräfte. In schwarz oder in very dark blueish grey. Okay. Zwei Boeings. 737 Max und 787 Dreamliner. Auch da hat Kobi ja die Lizenz. Skodas. Auch da hat Kobi die Lizenz. Ein Militärset. Katjuscha. Ah, das ist was Russisches, wenn ich mich nicht ganz doll irre. Ja. Ist das so eine Stalin-Orgel? Kenne ich mich zu wenig mit aus, wenn ich ehrlich bin. Ein sehr buntes Ferienhaus. Finde ich aber auch nicht verkehrt. Mal was Farbenfrohs. Und was haben wir noch? Eine Stadt im Mondschein. Einen Kürbiswagen. Neue Sets von Wangi. Guggenheim Museum und einen Tempel. Neue Tiere von Jackar. Eine weiß-rote Lokomotive der Baureihe 101. Das ist, glaube ich, so eine Schnellzug-Lokomotive. Und ich habe wieder viel zu viele Tabs. Eine schwere Diesel-Lokomotive. Der Mainzer Dom. Sehr schickes Set. Und ja, das ist so ein Flash-Farbton. So ein Lachs-Farbton. Ich habe den Prototyp hinten gesehen. Der Pascal baut den gerade. Ne, der Matthias baut ihn gerade. Und sieht klasse aus. Diese Farbkombination aus Dark-Douche-Grey und diesem Lachston. Richtig gut. Trifft auch, glaube ich, sehr gut die Farbe des Originals. Mainz ist hier auch bei uns um die Ecke. Also wenn wir hier Sets aus Mainz oder aus Frankfurt haben, ist da immer auch ein bisschen Lokalpatriotismus dabei. Ist aber auch wirklich ein sehr schicker Dom. Der Mainzer Dom. Alcatraz. Ja, von wenn man von Weitem guckt, könnte man denken, ach, nochmal die Akropolis. Aber nein. Das ist mal was Moderneres. Das ist die berühmt-berüchtigte Gefängnisinsel bei San Francisco in der Bucht. Dort, wenn ich mich nicht irre. Also, gab es ja auch diesen Film mit John Connery. The Rock? Ne, doch. Ich glaube schon. Cooler Film auf jeden Fall. Quasi US-Soldaten, Terroristen, neben da auf der Insel Leute gefangen und so. Also, einen großen Supersportwagen von Taigao-Lei. 2000 Teile. Ein kleiner von Taigao-Lei. Ein modulares Bürogebäude. Sieht auch sehr schick aus. Und wenn ich mich nicht irre, ist das auch ein... Ah ja, genau. Ein lizenziertes Design von Oh So Young, der für seine tollen, modernen Modular Buildings bekannt ist. Diese Bar und das Café von Moldking sind auch beide von ihm. Geniale Modulars. Bin sehr gespannt, wie das aussieht. Ich werde es wahrscheinlich nicht bauen können, weil Micha sagt, Modular, ich, ich, ich. Aber das sei ihm gegönnt. Das haben wir noch angekündigt. Einige neue Blumensets von Balodi aus Mini-Blocks beispielsweise. Pflanzen als Bundles. Das finde ich auch, wo wir ja schon eine Menge Blumen haben, mal nochmal schick und was ganz Neues. Was anderes hier, dieser geflochtene Korb. Das ist wirklich sehr schön dargestellt mit diesen Curved Slopes. Passt auch zum Frühling, finde ich. Neue Dinos. Dinos kann man auch nie genug haben. Neue Autos. Ein Panzer mal von Sembo. Ein neues Feuerwehr-Set. Jawohl. Mehrzweck-Fahrzeug mit verschiedenen Aufbauten. Sieht richtig gut aus. So ein geländegängiger LKW mit langem Radstand diesmal. Oh ja. Klasse. Das wird die Feuerwehr-Leute hier im Kanal sicherlich freuen. Sehr schick. Eine Menge neue Autos. Und ich glaube, hier erreichen wir dann auch bereits Sets, die ich schon mal gezeigt habe. Beispielsweise diesen mittelalterlichen Wohnturm. Kompliziert zu bauen war er. Nicht einfach, diese Rundenformen darzustellen. Aber gefällt mir richtig gut. Den werde ich mir auch zulegen müssen. Definitiv. Ich klicke mal ein bisschen was weg. Denn es gibt auf unserer Webseite ja durchaus noch mehr zu sehen als die Neuheiten und die Ankündigungen. Und alt und zu mal ein schickes Banner. Wir haben auch unser Blog. Und im Blog steht ganz aktuell ein ziemlich interessanter Blog-Eintrag. Wisst ihr schon, wenn ihr unseren YouTube-Kanal verfolgt. Dein Job bei Bluebricks. Wir suchen dich. Wir suchen Leute für den Kundenservice. Wir suchen Produktentwickler. Also Leute, die den Job machen, die Dirk, Pascal, Matthias und Niklas bei uns auch machen. Und Produktdesigner. Also neue Kolleginnen oder Kollegen, MWD, für unseren italienischen Designer Marco, für den Martin, unseren Mittelalter-Spezialist, für Adrian, der die genialen 1 zu 18er Autos und Manhattan und die Vögel und noch ganz viel mehr entworfen hat. Und so weiter. Mehr Designer. Denn mehr Designer gleich mehr Produkte und mehr Produkt ist mehr gut, wie man mit falschem Deutsch so sagt. Hier findet ihr die Informationen. Einfach mal ins Blog reinschauen und dann gerne bei uns bewerben. Es sind wohl schon Bewerbungen eingegangen, aber es dürfte noch nicht zu spät sein. Ja, dann ein Blog-Eintrag zu dem Ende von 2020. Ein Dankeschön an euch alle und ein Link zu unseren Jahresrückblick-Videos, die auch sehr lustig zu drehen waren hier. Und tolle Neuigkeiten veröffentlicht, genau am 9.12., dass die Klemmbaustein-Anbieter der Marke Modbricks und wir als Marke Blubricks uns entschlossen haben, unsere Aktivitäten zu bündeln. Da wird es hier auch im Kanal demnächst noch weitere Informationen dazu geben. Und wir werden auch damit Anfangssets von Modbricks hier bei uns vorzustellen. Wenn euch das interessiert, wer hier wen übernommen hat und so weiter, einfach im Blog-Beitrag nachschauen. Dann sind wir schon wieder bei einem Weihnachtsbeitrag. Ihr seht also, wir haben nicht mehr so viele Blog-Einträge. Früher hatten wir quasi täglich einen, aber das war dann immer ein Blog-Eintrag zum aktuellen Video. Das war nicht wirklich spannend, denn wer den Kanal abonniert hat, der kennt die Videos schon. Hier sind jetzt nur noch wirklich relevante Beiträge drin. Also ab und zu ins Blog reinzuschauen, ist definitiv zu empfehlen. Und wenn ihr ganz aktuell News von uns haben wollt, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir sind auf YouTube, wir sind auf TikTok mit ein paar sehr lustigen kleinen Clips. Ihr findet uns quasi im ganzen Internet, je nachdem, was für eine Social-Media-Plattform euch am besten gefällt. Da müssten wir auch sein. Hier ist das Preview-Video, wo Dirk und ich die neuen Burg-Bärenfels-Sets euch, die noch in Entwicklung sind, zeigen. Was heißt Entwicklung? Hinten stehen zwei Produktmuster. Also die wurden bereits produziert und dann müssten wir so, vielleicht in drei Monaten oder so, könnten die hier eintreffen. Je nachdem, ob sie jetzt vor Chinese New Year oder erst nach Chinese New Year aufs Meer gehen. Denn momentan ist in China ja Neujahrsfest. 14 Tage lang geht da gar nichts. Alle reisen zurück in ihre Heimatprovinzen zu den Familien. Und wir im Einkauf bekommen aus China momentan auch keine Mails mit neuen, interessanten Produkten. Weil momentan ist China einfach, da ist zwei Wochen lang, ist wie Weihnachten. Erster, zweiter Feiertag, da ist es halt zwei Wochen, da ist einfach nichts. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ab nächster, übernächster Woche dafür wieder umso mehr interessante Neuheiten bei uns eintreffen. Also als Mails, als Angebote, ob wir sie denn bestellen wollen. Denn dann fährt China wieder hoch und dann geben die richtig Gas. Dann werden richtig Neuheiten gezeigt. Also dann ist wieder einiges los. Das seht ihr dann auch daran, dass es bei uns dann demnächst hier bei den Ankündigungen wieder ganz viele neue, spannende Sachen gibt. Neue Public Specials, die meine Kollegen hinten ins Warenwirtschaftssystem eintragen. Aber auch neue Sets anderer Marken, die wir bestellen und dann hier im System anlegen. Dann könnt ihr schon mal sehen, worauf ihr euch freuen könnt und diese Verfügbarkeits-Mails abonnieren. Ja, für heute war es das schon aus dem Bluebix Online-Shop und dem Noppenstein-Studio. Ich würde sagen, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen und beim Stöbern. Was gibt es denn momentan für Sonderpreise? Ja, natürlich immer noch. Die Reste der ersten Welle aus altem Verpackungsdesign. Die Enterprise D für 150 Euro. Die Enterprise für 164,95 Euro anstatt 220. Das ist schon krass.